Ja, hallo liebe Kalea Community, ich bin Ferdinand Spiegel von der Schlossbrauerei Reda in Westfalen und neben mir steht Goethe Haas, unser Geschäftsführer und Michael Lange, unser Braumeister und wir freuen uns, dass wir dieses Jahr auch wieder Teil des Kalea Adventskalenders sein dürfen mit unserem Husarentrunk Regimentsbock in Türchen 22. Wir wurden nominiert von der Zöttler Brauerei aus dem Allgäu zur Bierkasten Challenge und darauf freuen wir, dass wir das jetzt gleich machen und sagen, auf geht's! Bis zum nächsten Mal! Ja, so nachdem wir unsere Challenge, glaube ich, erfolgreich mit 18 Kisten absolviert haben, erstmal vielen Dank an unser tolles Team, klasse gemacht. Bleibt uns letztendlich nur zu sagen, dass wir euch allen eine schöne Adventszeit und auch Weihnachtszeit wünschen. Dann kommt gutes neue Jahr und auch in Zukunft mit Kalea und Reda Bier gerne. Wir wollen jetzt nominieren für die nächste Bierkasten Challenge, die Eulchenbrauerei in Mainz. Euch viel Erfolg und ansonsten würde ich sagen, ciao und bis demnächst!